Herzlich Willkommen zur nächsten Folge, das SWELTER. Es gab wieder ein Game-Update, ich bin nicht sicher, ob das Ganze funktioniert. Wir hoffen, dass es funktioniert. So, gerade mal das Spiel noch ein bisschen leiser machen. Und dann gehen wir auch direkt rein. Und wir hoffen, dass unser Save-Game funktioniert. Okay. Saves broken. Are there yellow translucent wall of triggers around? A game-object working incorrectly or looking weird? Your saves are outdated. They may not to work correctly on an updated version of the mod. Okay. Darauf war ich jetzt nicht gefasst. Servus. Servus. Aber wir haben eigentlich die Version. Aber das sieht ganz gut aus eigentlich. Guck mal hier. Jede Menge Munition, die wir noch nicht haben. Haben wir alles? Ja, sehr geil. Da kommen wir leider nicht rein. Aber Jungs, müsst ihr mir auf dem Fuß folgen? Nervt ein bisschen. Okay, mehr aus der Sonne. Hier, da wollte ich drauf. Ach, der ist leer. Verdammt. Spritzen haben wir auch voll. Handgranaten ist auch voll. Das ist gut. Nodes update. Und finally make a manz. Nein. Zwei hat noch nicht funktioniert, oder? Und dann will er mich auf dem Fuß folgen. Keine Ahnung, was er da damit will. Alter, ich bin hier da. Er hat gerade hinter uns die Tür zu gemacht. Er hat gerade hinter uns die Tür zu gemacht. Das ist ein Permanent Charger. Es wird dir helfen, wenn nur für Cable Distanz. Ja, einfach plug es in den PCV. Das Corritor ist der Headquarters. Wir müssen die Schuhe des Schuhe des Schuhe des Schuhe des Schuhe des Schuhe des Schuhe. Und ich bin sicherlichравствуйте. Überall drauf rumdrücken, ne? Ja, geil. Mit Strom diesmal. Butt Brock. Auch ein bisschen laut, oder? Ja. Kannst du das Ding wieder loslassen hier? Danke. Komisches Vieh. Ihhh, lass ihn weg da! Oh! Oh! Ha! Oh! Aua! I don't know. Oh, ich hab... Was? Was? Lass mich! Nein, ich muss doch noch! Ich will da nicht hin. Ich will da hin. Glad to see you alive. How's the progress? So the data is being copied faster than I thought. Was machen die hier? Was machen Sie? Gott. Ich muss jetzt dealen. Mhm. Was? Der steht unter Drogen hundertprozentig. Was? Was? Da? Alles, Roger. Alles, Roger. Das schaffen wir. Da kommt schon, Babys. Mach die Tür auf. Haben wir alles? Dankeschön. Komm schon. Ah, die kriegen wir auch noch umgeschubst. Was? Komm her, jetzt. Führst du jetzt zu mir. Ist jetzt meine Waffe, denk dran. Aua! Schweine. Eigentlich gehörst du zu mir. So, wir gehen aber nochmal schnell hier runter. Das ist ganz gut, dass wir eben tot waren. Können wir hier nämlich nochmal gucken, dass wir hier alles vergessen haben oder so. Ich hab ihn entdeckt. Ey, der ist gut. Okay, lassen wir ihn. So, wir sind gut spielen. Wir machen eh weiter. Von wo? Hinter mir. Ach, das Gerät ist doch gegen mich. Ist gar nicht so wie in Half-Life. Da ist dieses Ding nämlich hier vor uns. Wenn man das nämlich in die Hand nimmt. Für uns anstatt für den Gegner. Aber das scheint so, als ob das nicht funktioniert. So, dann machen wir nämlich jetzt folgendes. Den schmeißen wir hier um die Ecke. Und den schmeißen wir da hinten hin. Hey du. Ja, 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 ja. Aua, aua. Was? So, gib mir mal den Schnuddel hier, abgeht nicht. Ah, da komm ich nicht dran, mehr ist noch nichts. So, gib mir mal den Schnuddel. 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 Bist du hier für ein Hannebomble? Du sollst mich nicht erschießen. Oh, ein HP! Whaaat? Ach, das bist du! Ah nein! Oh fuck! Nice updated! Ja, super! Toll! Was? Ok, wo muss ich hin? Da nicht! Hier rüber? Knopf drücken? Auch nicht! Ok, wir haben 11 Sekunden Zeit! Ok, ich habe keine Ahnung! Not updated! Ah! Alles klar! Geh wie aus der Sonne! Na du Arsch! Ich brauche ein bisschen Leben, Digga! Ja! Dadel Daten! Herzinfarkt? Ja! Ja, nicht reinfassen, du Idiot! Ja! Hold on! Stay with us! Ja! Spannende Aarbel Warum lieg ich auf dem Boden und da ist es im Bett? Es sind sogar zwei Matratzen und ich... Achso, ich wollte schon sagen. Wir haben Anti-Infekt-Gel erhalten. Wir laufen auch noch ein bisschen schwammig. Hallo? Du moron! Warum hast du nicht reportiert auf deine Mission? Warum hast du nicht gekommen? Ich habe eine sehr schwierige Zeit infiltratieren und finden dich hier. Ich habe alles gescheitert. Ich habe alles gescheitert. Hast du vergessen, warum du hier bist? Niemand hat dich auf den Kopf gescheitert. Was? Wer hat mir was auf den Kopf gehauen? Niemand hat dich bereit. Moment. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Anarchist, managed to bring the wasteland inhabitants to heel. This is the region's very force one cannot ignore. Rocky is their leader. The Anarchist's dominance over the region rests upon only their successful sabotage and Rocky's personal charm. That's why your mission is quite simple. Eliminate him, making it look like an accident. What are you going to do when the locals start to worship him as a martyr? In such cases, we will take over the region, praising Rocky in our battle cries. It doesn't matter what flag we act on. Our results will speak for themselves. We are in a position that allows being flexible in such cases. And remember, Rocky has his own eyes and ears. Nobody must hear to kill Rocky. We will call it, make amends instead. Understood? Chaika will meet you on the train. She will be in your informant. Your train is coming soon. Hurry up. Ach! Easy there. Stand on your feet. Don't fall. You can't abandon the mission when there's only one step left. Rocky must be dead before the plane has landed. I hope you haven't bought his fantasy craft that one can simply sit the Combine's invasion out. Have you? Und jetzt? Let's go. Sie sagt zu mir, let's go und bleibt in der Ecke stehen. Warum guckst du an mir vorbei? Ey. Was da? Hm. Was macht ihr hier? Spielen oder wat? Upsala. Oh, you are not already. Well. The Combine won't forgive us that act of defiance. It will keep surfing. They capture and kill us. I won't let the Punisher's harass people in my stead. So. We'll let them kill us. Not for real, of course. We'll perform another tactical trick. I'll explain the details on the right hand. Das war's. Das ist doch ne Drohne! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. But... Was wollte er jetzt von mir? Ich hab keine Ahnung. Die Hatch ist in der Stern. Geht los! Die Hatch ist in der Stern. Was ist denn ein Stern? Ähm... Hallo? Du? Die Hatch ist in der Stern. Du willst sie in der Stern? Geht los! Oh, da ist ne Tür aufgegangen gerade. Die Hatch ist in der Stern. Geht los! Ach, doch da hinten. Ich hab extra da hinten gedrückt. Geht los! Oh! Das sind viel zu viele. Geht los! Die Hatch! Das war's. Die Hatch, doch! Die Hatch. Die Hatch. Die Hatch! Die Hatch. Hey, you handled the repair of the Nexus basement very well. Can you manage this? Time is running out. Come on, time is running out. Apply the power to the display unit. Ach so! Die müssen alle gelb sein. Time is running out. Come on, time is running out. Apply the power to the display unit. The yellow indicator will light up. Okay. Manuel, match the orange indicator with the yellow. Okay. Forget! I cannot airdrop with the annihilator flying around us. This damn thing is watching us carefully. It must not see us alive on the parachutes. Just for this case, I prepared our own drone fighter. Two people are required to control it. Luckily, there are two of us. Let us take our positions. Forward. Yes! 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 You're the best for agency. ự Almost got him. Taube, das war verkehrt. Ich glaube, das war verkehrt. Bubbeln in so viel Machinen. Full work. Okay, er fliegt das Ding. Ja! Alter Schweden, misst du nachdem? Dich? Alter Schweden, misst du nachdem. Ich hab's fast geschafft, Mann. Cannot airdrop with the Annihilator flying around us. This damn thing is watching us carefully. It must not see us alive on the parachute zone. Jaaa. Just for this case, I prepared our own dronefighter. Two people are required to control it. Luckily, they are hard workers. Control the shit. Mach hit! Jaaa, ich bin auch schon an der Position. Forward. Yes! Almost got him. Uns compañer? alan Watch your equipment, gunгу? Yeah! Fuck you. bothers you level one another. What are youkk pin to do? I BER rum. Hold your equipment, add wood on that button. It's Swiss guy. We have this Link. They get juegos like this, notAPS. Maybe this tap. How can you ощущ that bomb blasts? Can you tentang photo Takeout? Let them put my coordinates at the house for you? It's a brutal meeting, notAP Alexis. Hey! Can you talk about it? Das war's. Ich will mit dir ein Wort mit dir in person haben. Ich habe mit dir ein Wörtchen zu reden, als Person. Du hast gerade diese Rekordung bekommen. Die Rekordung ist ein Wörtchen. Die Verkaufs sind in der Lage, die Verkaufs sind. Die Verkaufs sind in der Lage, die Verkaufs sind. Ja, was? Okay, wir haben ihn erschossen. Roki ist verletzt. Without their charismatik ideologis, anarchist communes became scattered and uncoordinated. The skillful diplomats of Lambda Resistance soon converted the majority of the communes to their side, turning the steppes around City 545 into a trusty ally of the City Underground. In 12 years after these events, the hero of our movement will reduce the City 17 Citadel to rubble. Without the new Transition government, the Invaders could not hold back the wave of new rebellions, overwhelming the cities. Okay, ich habe den Sinn des Spiels immer noch nicht verstanden. Weil es hat irgendwie nichts damit zu tun mit Half-Life und mit seinem Anfang. Aber wir sind durch. Wurst Wurst One Two One 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ist mal in der Nacht. Haben wir noch Möglichkeiten? Können wir noch was anderes machen? Können wir noch auf schwer spielen? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.